Es ist unser Vorrecht heute Vormittag, dass wir Ben Fitzgerald und dass wir Matthias Kaufmann bei uns haben vom Awakening Europe Team. Die waren so ein Segen für uns gestern Abend, sind solche starken Männer Gottes und haben etwas am Herzen auch für unsere Gemeinde. Und sie werden uns jetzt das Wort bringen. Lasst uns unsere Herzen auf Empfang, auf Erwartungshaltung schalten. Amen. Und lasst uns ziehen von der Gabe Gottes, dass wir alles empfangen, was er heute Morgen für uns hat. Amen. Also lasst uns aufstehen und lasst uns diese beiden Männer herzlich willkommen heißen. Lasst uns mal einen großen Jubel für Jesus ausrufen und Danke sagen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Ich bin befördert worden. Der Herr Jesus liebt Österreich. Er liebt die österreichischen Menschen. Stimmt's? Amen. Dreht euch mal zu eurem Nachbarn um und sagt, du siehst aus wie Jesus. Kannst du mich hören? Das ist der zweite Gottesdienst. Ihr seid Langschläfer. Ja. Praise the Lord. Me too. Ich auch. But not today. Aber nicht heute. Praise the Lord. Well, today I hope the Holy Spirit will use us to communicate to you something so important on the heart of God. Heute hoffe ich, dass der Heilige Geist etwas vom Herzen Gottes, das ganz tief geht, euch kommunizieren kann durchaus. Es sind Menschen. Es geht um Menschen. Die sind auf dem Herzen Gottes. Das Allerwichtigste in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, ist nicht die Bundeskanzler, es ist nicht die Regierung der Bundeskanzler. Es sind nicht die wunderschönen Berge. Es sind die Menschen. Es sind die Menschen. Jesus ist der Retter für Österreich. Er ist die einzige Antwort. Wenn jemand nicht von neuem geboren ist, dann haben sie nichts. Du musst das erkennen können. Diese Kürze des menschlichen Lebens, selbst wenn sie eine Milliarde Euro in ihren Taschen hält. Ein Mensch ohne Christus ist der ärmste Mensch am Leben. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, denn ich war sehr arm. Ich hatte Jesus nicht in meinem Herzen. Aber der Herr hat mich gerettet. Er ist voller Erbarmen. Ich hatte eine betende Mutter. Sie und Gott gemeinsam hatten einen Vertrag über mein Leben geschlossen. Ich hätte lieber die Mafia gegen mich als eine betende Mutter. Stimmt's? Ich möchte euch etwas zeigen, bevor wir jetzt richtig einsteigen. In den Vereinigten Staaten gibt es ein wunderbares Institut, das heißt das Barna-Institut. Und sie haben Studien über dich und mich. Sie schauen sich verschiedenste Themen an, zum Beispiel wie viele Leute ihren Zähnen geben. Aber das Allerwichtigste. Sie sehen sich an, wie viele Menschen wirklich den Missionsbefehl erfüllen. Und sie haben festgestellt, dass in der westlichen Gemeinde, als solches, im westlichen Leib Christi, 96% der Menschen nie wirklich jemanden zu Jesus führen. 96%. 4% der Menschen in unseren Gemeinschaften führen die allermeisten Menschen zum Herrn. Dann haben sie sich diese 4% angeschaut, um festzustellen, was ist anders mit denen. Sind das Evangelisten? Sind sie auf eine bestimmte Art und Weise begabt? Sind sie eher introvertiert oder extrovertiert? Ich versuche immer noch in der Schrift zu finden, wo das drinsteht, dass introvertierte Menschen immer nichts tun können. Ich habe das immer noch nicht gefunden. Jede Person hat den Löwen von Judah in sich. Jeder Christ ist mutig. Amen? Jeder Christ. Und Menschen sagen oft zu mir, ich weiß nicht, wie ich mit anderen Menschen sprechen soll. Und dann sage ich, du lügst. Vor fünf Minuten habe ich gehört, wie du mit deiner besten Freundin gesprochen hast. Oh, have you tried this L'Oreal? It's amazing. See my mascara? It's so amazing. Oh, this, no, 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 Mac is better. Mac, you need to try Mac. Mac, you're a L'Oreal Evangelist. You're leading people to a L'Oreal conversion. Oh, this is my Lieblingsfußball team. Oh, yeah, this is Hammerman. Yeah, yeah, who's your favorite kicker? Oh, yeah, yeah, it's for sure. They have their favorite player, their favorite team. Every person can talk. Every person has some form of Leidenschaft. The question is, do you have Leidenschaft for the Gospel, for Jesus? Oh, but I'm not good at talking. I take you to a cafe. You get the wrong coffee. Shuligensie bitte. Nein, nein, nein. Doppel, doppel, bitte. Nein, nein, doppel, bitte. Doppel in Espresso. Everybody can talk. You can just add to the conversation. Entschuldigen Sie bitte, Jesus lebt dich. And Jesus hat einen großen Plan für dein Leben. Das kannst du einfach hinzufügen zu deinem Gespräch. Das ist nicht schwer. Aber für einige von uns wird es schwer. Because the spiritual world, in the spiritual world, the enemy is fighting the Gospel. Weil in der geistlichen Welt kämpft der Feind gegen das Evangelium. Er kämpft nicht gegen meinen Doppel-Shot-Espresso. Er kämpft nicht gegen meinen Fußball-Team. Aber er kämpft dafür, dass Christen sich nicht mutig fühlen und nicht Jesus an andere weitergeben. Also 4% machen die meiste Arbeit. Ist das Gottes Wille? Also haben sich die 4% angeschaut und haben festgestellt, dass diese 4% meistens weniger als ein Jahr selbst bekehrt sind. Erinnert ihr euch daran, als ihr gerade errettet wart? Ihr erzählt das jedem. Du hast das Leben erlebt. Du kannst es kaum erwarten, Jesus mit anderen zu teilen. Niemand sagt zu dir, oh, das solltest du jetzt tun. Du tust es einfach. Vor 10 Minuten habe ich ein wunderbares Zeugnis gehört. Von einem Mann, der in eurer Gemeinde ist, der vor drei Jahren sein Leben ist. So er hat sich verkehrt. Jetzt ist seine Frau errettet. Jetzt ist seine Familie errettet. Was ist passiert? Sind das alles Evangelisten? Nein. Sie sind einfach voller Gottes. Sie sind einfach voller Gottes. So ich bete, dass alle in Österreich, aber auch in Deutschland, wo wir leben, voller Gottes sind. Und damit können wir auch Gott weitergeben. Weil Menschen sind hungrig. Ich werde es nie vergessen im Wiener Hauptbahnhof. Ich werde es nie vergessen im Wiener Hauptbahnhof. Ich werde es nie vergessen. Ich habe für dieses Mädchen gebetet. Ich habe sie gefragt, kann ich ein kurzes Gebet für Sie? Ich habe sie gefragt, kann ich ein kurzes Gebet für Sie sprechen? Ja, ja, wenn Sie wollen. Ich bin in a hurry. Mein Zug kommt gleich. Ich habe ein kurzes Gebet gesprochen. Ja, ich erinnere mich auch daran. Es war sehr kraftvoll. Matsu und ich waren im Bahnhof. Wir haben nur ein kurzes Gebet gesprochen. Und dann all of a sudden, like 10 Minuten später, I think, we saw her again. Und circa 10 Minuten später haben wir sie wiedergesehen. Und sie war weeping, like she was crying. Und sie hat die Gegenwart Gottes um sich herum gespürt. Und sie hat gesagt, was ist das? Wir haben gesagt, das ist der lebendige Heilige Geist. Das ist der lebendige Gott. Sie wollte Jesus. Es war so kraftvoll. Und ich habe gedacht, alle Leute sagen immer zu mir, in Europa ist es so schwer. Hier ist es nicht schwer. Das Gedankengebäude ist schwer. Wisst ihr, Gott ist eigentlich mächtig zur Rettung für Österreicher? Soll ich euch das mal eben beweisen? Seid ihr bereit? Ich beweise es euch. Heb mal deine Hand, wenn du Österreicher bist und errettet bist. Oh, wie hat Gott das geschafft? Er ist mächtig zur Rettung. Aber unser kleines Denken kommt immer wieder in den Weg da rein. Heute Morgen hoffe ich wirklich, dass die Schrift klar zu euch spricht, denn die Bibel kann besser sprechen, als ich es kann. Und ich hoffe, dass du verstehst, dass unser Auftrag, unsere Leidenschaft von Gott Menschen sind. Für uns alle. Wir alle können jemanden zu Jesus lieben. Ich möchte eine Schriftstelle vorlesen aus 1. Korinther Kapitel 9. Das ist Paulus, der hier spricht. Paulus war kein Evangelist. Aber er war dazu berufen, dem Herrn zu dienen. Er hat gesagt, obwohl ich von allen Menschen bin, befreit bin. Wer hier ist frei? Amen. Actually, that's not enough hands. I ask one more time, wer hier ist frei? Ja, ja. Alles ja, mich ja. All right. Though I am free, this is verse 18. In Vers 18 heißt es, sorry, excuse me, 19. Obwohl ich frei bin. Though I am free, I have made myself a servant to all. What does that show us immediately in that scripture? Paul said, I made myself. He didn't say, God sovereignly made me. There's a choice somewhere in this. That 96% statistic is not God's sovereign will. There's a choice. Da gibt es eine Wahl zu treffen. I made myself a servant to all. Here's the reason. That I might win some. Damit ich einige gewinnen kann. Amen. Gewinnen. Then he says, to the Jew, I became a Jew. To the Greek, I became a Greek. To the Österreicher, I ate Schnitzel. And you can see, I've eaten many Schnitzel. You can see it. God, please. I actually pray often, God, give me a quicker metabolism. If God can destroy the Amorites, he can kill the cellulites. Amen. Amen. All right. Paul said, though I'm free, I make myself a servant to all. I want to tell you my personal story. I was serving the Lord. Traveling around the world. Pulpit to pulpit. Wonderful community to wonderful community week after week. And I would tell people about Jesus. I was a preacher. And I didn't have the sins of the world that the world has when they drive home. And I have not the sins of the world that the world has, when they go home. When they go home, they're looking for the nearest liquor store or maybe to go get drugs or something. When they go home, they're looking for the nearest liquor store or maybe to go get drugs or something. But Christians have their own vice. And it's an acceptable one. In fact, sometimes a celebrated one. And it's called busyness. Sometimes we're so busy, that we lose the tenderness to God's heart. Sometimes we're so busy talking about God or serving God that we actually forget to ask God, what do you want me to do? How can I serve you? How can I feel you in me? How can I have this Leidenschaft for people that you have? Oh, that lady's taking a picture. Hang on. Oh, that lady's taking a picture. Take it yet. Yeah, jetzt. Jetzt kannst du's machen. Good. So I was preaching and I get a phone call from my mother. She says, Ben. Ben. She's panicking. She said, Ben, your brother who's a worship leader She said, your brother yelled at me in the kitchen and told me I want nothing to do with God. And said, I don't want to go to church I don't want to be part of this anymore. And I said, no, ma'am, no, 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 that's incorrect that can't be what he said. I know my brother's heart. He used to love Jesus low price later. And she said, it's true. And he's spending every night in the casino. I got off the phone I was like, no! God, no! I began to weep and cry out to God. I said, this can't happen to my brother. And I was heartbroken, really. And then the next day I prayed again, God, save my brother. He's in deception. Set him free. The next day I prayed again, God, save my brother. He needs to come back to you. And the next day, all of a sudden it's five days. And I'm preaching somewhere. And I'm doing something. And next minute, I don't even realize it, but I'm no longer praying at all. And in the next moment, I have this I haven't really realized, I have to go to bed. You know, sometimes this haze of familiarity comes over us. And we believe, that everything will just work out fine. Eternity is a long time, to have assumptions about it. But that's how I was. I just got busy. She calls me a month later. And she had said, Ben, your brother now, your brother, who is a worship leader, is injecting speed. No, God, no. No, not my brother. I pray again. Pray a little more. Three, four days later, I'm busy. Bin ich wieder beschäftigt. I'm forgetting again. Ich hab's wieder vergessen. I'm not evil. I'm not trying to. Ich bin nicht böse. Ich versuch nicht, das zu vergessen. But something inside me was not attentive to the heart of the Lord. So several months later, I go back to Australia. Nach einigen Monaten bin ich zurück nach Australien geflogen. And I walk past my brother's room and I see a trash can. Und ich bin an dem Zimmer meines Bruders vorbeigelaufen und ich hab einen Mülleimer gesehen. Und ich hab gesehen, in den Müll hat er reingeschmissen, seine Bibel und seinen Tagebuch. Und ich hab's gesehen, hab mir gedacht, oh, das ist schade. Vielleicht hebe ich das auf, vielleicht kommt er eines Tages ja zurück zu Gott. Habt ihr gehört, wie böse dieser Gedanke war? Vielleicht. 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 Vielleicht wird er in den Himmel kommen. Vielleicht wird er in die Hölle gehen. Das ist nicht die Liebe Gottes. Ich hab sehr viel so angenommen. Und ich hab mich nicht wirklich drum gekümmert. Aber ich hab das rausgenommen und Gott hat mir dann eine Erfahrung geschenkt, die mich aufgeweckt hat. Und ich bete darum, dass ihr heute auch erweckt werdet. Normalerweise würde ich das nie tun, denn das ist etwas Privates. Aber ich hab sein Tagebuch geöffnet. Und Leute, ich hab die unverfälschte Liebe, die Gott für ein Individuum hat, gespürt. Vielleicht nur für drei, vier, fünf Sekunden hab ich das gespürt. Aber es hat mich erschreckt. Ich hab jetzt verstanden, warum Jeremy Riddle dieses Lied geschrieben hat. Deine Liebe ist furious. Also es ist ferocious. Es jagt nach. In Lukas Kapitel 19, Vers 9 und 10, es heißt, der Sohn des Menschen kam, um zu suchen und zu retten. Das, was verloren ist. Das Wort, das für verloren steht im Griechischen, heißt das, was zerstört worden ist. Das zerstörte Leben. Aber ein noch kraftvolleres Verständnis dieses Verses ist, der Sohn des Menschen kam, das heißt, in Griechisch, um dich zu suchen. Kommt, wenn man das versteht, wenn es heißt, der Sohn des Menschen kam, um das zu suchen. Und das Wort suchen bedeutet, danach zu hungern. Es ist wie, als wäre es sein Lebenstraum, dich zu haben. Aber ich hab das in meinem Herzen verloren. Ich hab das für meinen Bruder nicht mehr gespürt. Ich hab einfach gedacht, ah, wahrscheinlich wird er sich irgendwann bekehren. Aber als ich sein Tagebuch gelesen habe, hat er Folgendes geschrieben, Jesus, Jesus, ich werde dir mit meinem ganzen Herzen nachfolgen. Ich möchte jeden Tag meines Lebens dich lieben. Ich hab das gelesen, ich hab angefangen zu zittern. Und auf einmal bin ich auf den Boden gefahren. Und ich hab angefangen zu schreien. Der Heilige Geist hat mich übernommen. Mit lauten, die man nicht ausdrücken kann. Und ich hab die unverfälschte Liebe Gottes gespürt für einen Menschen. Und ich hab aus hier raus irgendwie geweint. Habt ihr das mal erlebt? Das passiert oft, wenn Beziehungen auseinander gehen. Es ist ein Weinen, das von hier kommt. Es kommt wie aus deinem Geist. Und ich hab angefangen zu weinen, und ich hab gesagt, Jesus, rette ihn. Und aus meinem Mund kamen einfach Dinge wie folgendes. Ich binde ihn an das Kreuz von Golgatha. Was das bedeutet, ich binde ihn an das Werk, das das Kreuz getan hat. Dass Jesus' Blut wirklich das bekommt, wofür es bezahlt hat. Mein Bruder ist das Wert. Und ich hab gesagt, ich binde ihn an dich, Gott. Rette ihn, Jesus. Aber es kam aus meinem Geist. Es waren nicht irgendwelche Worte, es war im Geist. Und es war nicht lang, es war ganz schnell. Aber es war so stark. Und ich wusste, ich bete hier mit Vollmer. So wie in Matthäus 18 heißt es, was auch immer du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gekommen. Und ich bin vom Boden aufgestanden, und das Beste, wie ich es beschreiben kann, ist dies. Ich bin vom Boden aufgestanden, ich war erweckt. Ich war wach. Und ich hab Gnade gespürt. Ich hab Liebe für meinen Bruder Sam gespürt. Und ich wusste, mein Gebet hat Vollmacht. Gott ist in mir, und mein Bruder wird gerettet werden. Du hättest eine Pistole mir in den Kopf halten können, aber ich hätte gesagt, nein, er wird gerettet werden. Ist das jetzt irgendwie menschliche Anstrengung? Oder ist es die Überführung Gottes? Es ist Gott in einer Person, der das zur Vollendung bringt, was er will. Es ist Gott in einer Person, der das zur Vollendung bringt, was er will. Aber er musste diesen Schleier brechen. Und traurigerweise, es ist so, dass viele Menschen, die in den westlichen Gemeinden sind, die einen wunderschönen Sonntagskristen tun, aber die haben einen Schleier. Denen ist das sogar egal, wenn ihr Vater stirbt und in die Hölle geht. Sie hoffen vielleicht, dass es eines Tages nicht passieren wird, aber sie sind nicht proaktiv auf diesem Weg. Paulus hat gesagt, ich mache mich selbst zum Diener um einige zu gewinnen. Er hat nicht gesagt, ich werde alle gewinnen, aber einige ist besser als niemand. Stimmt's? Wir werden vielleicht nicht jeden erretten können hier, aber was, ich habe es sogar richtig gesagt, auf Österreich, Wölz, was, 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 wenn in Wölz 10.000 Menschen errettet werden? Wegen unserem Ja. Wenn wir uns selbst zum Diener für alle machen. Also ich habe gezittert, meine Mutter kam reingelaufen. Ich habe gesagt, Mama, Sam wird errettet werden. Er wird nicht lange von Gott weglaufen. Wenn zwei von uns übereinstimmen für irgendetwas auf dieser Erde, Gott wird es tun. Also statt voller Furcht zu sein, haben wir beschlossen, übereinstimmen. Macht das Sinn? Macht das Sinn? So every day, I put a picture of my brother on my phone, because I know my life. Ich habe ein Bild von meinem Bruder auf mein Handy als Hintergrund gemacht, denn ich kenne ja mein Leben. Put him on a list on the wall, somewhere. Ich habe seinen Namen irgendwo auf die Wand geschrieben, irgendwo. Put a picture of your unsaved brother on your fridge. Wenn du den Käse rausholst oder die Nussschnecke, wenn du dann den Kühlschrank zumachst, 15 Sekunden, ich binde ihn an dich, Jesus. Ich binde ihn an das Kreuz und an das Werk des Kreuzes. Schick Engel in sein Leben. Lass allem, was er nachjagt, wirklich so leer für ihn aussehen, damit er auf dich schaut. Wir alle können das tun. Solange wir im Geist leben, sind wir lebendig für das Evangelium. Stimmt's? Also habe ich das getan. Ich habe einfach 15 Sekunden lang gebetet, mein Handy wieder hingelegt. Drei Stunden später, wieder 15 Sekunden. Es geht nicht um die Zeit, es geht um die Autorität. Es geht um das zum Eigen zu machen. Neun Monate später, ist es schlimmer geworden. Viel schlimmer. Mama gibt mir Updates wie schlimm die Sachen jetzt laufen. Aber das bewegt mich kein bisschen. Ich bin lebendig und spüre das Herz Gottes. Nach neun Monaten komme ich wieder nach Hause und ich sehe meinen Bruder von Angesicht zu Angesicht. Es sieht schlimm aus. Du kannst es in ihm sehen, die Dämonen. Prostituierte. Schlimme Sachen. Er war mal ein Lobpreisleiter. Aber ich bete. Mama, Jesus und ich haben einen Vertrag für sein Leben. Denn Gott hat ihn geschaffen. Gott ist der Einzige, der ein Recht über ein menschliches Leben hat, denn er hat es geschaffen. Paul hat das verstanden, als er 1. Timotheus 2,4 schreibt, dass Gott das nicht 15%, nicht 40%, niemand soll verraten. Paulus hat das verstanden, im 1. Timotheus 2,4, als er gesagt hat, er will, dass keiner, und damit nicht irgendwie 50%, sondern keiner verloren geht. Also eines Tages waren wir in der Küche und mein Bruder kommt rein. Es war wieder eine Nacht, wo er nur Party gemacht hat. Er sagt einfach, hey, gehst du sonntags zur Kirche? Und ich so, hey, ja, ja, ja. Ich habe irgendwie so getan, das wäre alles gut. Ja, ja. Ich mache es Deutsch. Ja, ja. Ja, stimmt. Er sagt, kann ich mit dir gehen? In mir drin, mein Herz hat geklopft. Aber draußen, okay, wenn du willst. Ich kann dich fahren, wenn du willst. Und dann bin ich gelaufen. Ich bin zurück in das Schnauzzimmer gelaufen, da, wo Gott mich auf den Boden geworfen hat. Und ich bin auf mein Angesicht gefallen und habe nur so, ich musste still sein, mein Bruder war ja im Nebenraum. Und ich sagte, du bist der Hammer, Jesus, danke schön, Jesus. Ich sagte, du rettest ihn. Ich habe ihn mitgenommen, Sonntags habe ich ihn mitgenommen, in die Gemeinde. Und ich war so bereit. Und ich war so bereit. Das ist der Tag, den er hergemacht hat. Das ist der Tag, den er hergemacht hat. Er wird gerettet werden. Aber ich sagte, Gott, bitte, halt die freaky Christen weg von mir. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist was tut. Ich habe gesagt, nur heute, halt die mal fern von meinem Bruder. Die erste Frau, die zu ihm kommt, und mein Bruder sitzt da so. Und ich habe gedacht, Frau, geh mal lieber weg. Das ist mein Bruder's salvation right here. She's like, whoa, you're Ben's brother, whoa! She was manifesting in the Holy Ghost. Und mein Bruder ist like, yes, yes, I am. Er war so ein bisschen erschrocken. Und sie hat gesagt, ich werde dir ein Schlagzeug schenken. Und ich habe gedacht, ich hoffe, du sagst besser mal die Wahrheit. Ja, ich habe gedacht, ich habe mir ein Schlagzeug, du besser das Schlagzeug bei nächster Woche. Mein Bruder ist trying to get saved here. Er soll errettet werden. She gave him the drum kit. Mein Bruder hat noch nicht mal Schlagzeug gespielt. Aber ich glaube, es war Gott, der ihn aufwecken wollte. Trying to say, I'm real. Weißt du noch, Sam, wie sehr du die Musik geliebt hast? Well, that Friday an diesem kommenden Freitag hatten wir dann einen Hauskreis. Und mein Bruder war wieder zu Hause. Und meine Mutter hatte mit Absicht keinen Lobpreisleiter eingeteilt für diesen Haus. Und er hat gesagt, oh, Sam, wir haben niemanden, der leiten kann. Würdest du einfach kommen und ein paar Songs spielen? Aren't Mums clever? Mamas sind schlau, oder? Mamas hören auf den Herrn, wenn es um die Rettung geht. Das Herz von Pastor Judy liebt dir es nicht. Ich liebe dein Feuer. Ich habe auch an den Lobpreis gedacht. Manche sind einfach still im Lobpreis und voller Ehrfurcht. Aber ich mag die Leidenschaft sogar noch mehr. Ich liebe das. Weil Gott wunderbar ist. Wir machen uns so sehr, wir malen unser Gesicht an wie bei Braveheart und in der Gemeinde. Matsu und ich sagen, back in unserer Heimatgemeinde, sagen wir immer, unser Ziel ist, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, als du bei der Bayern München in der Gemeinde in der Gemeinde und dann zu Hause am Samstagnachmittag für einige von euch war das gerade überführend, oder? Du wirst dir dein Fußballspiel nachher anschauen und denken, ja, sehr gut. Oh, sehr gut. Danke, Joseph. Irgendwann hat mein Bruder gesagt, alles klar, ich mach was für euch. Und er fängt an zu singen. Ich werde es nie vergessen. Er hat über das Blut Jesu gesungen. Er hat die Gitarre gespielt. Und du hast irgendwie gemerkt, es berührt ihn selbst. Und er ist über die Gitarre hingefallen. Er hat so einen ganz schlimmen Ton irgendwie gemacht. Er ist hingefallen. Und wir sind auf ihn gesprungen wie ein Hund nach dem Knochen. Wir haben gebetet, jeder Teufel, raus aus ihm. Gott, mach ihn jetzt frei. Er hat zwei Stunden lang lag er auf dem Boden. Weeping, screaming, yelling. Oh Gott, vergib mir. Er ist aufgestanden und war eine ganz neue Kreatur. Halleluja. Yes. Er war gerettet. Durch das Erbarmen von Jesus Christus ist er errettet worden. Mein Bruder war so voller Feuer, dass er sieben, acht Stunden nacheinander gebetet hat, mitten in die Nacht hinein. Jesus ist sogar ihm im Traum begegnet. Und innerhalb von drei Monaten hat er seine Frau getroffen. Nachdem das passiert, hat er gesagt, Moment mal, stopp jetzt hier. Ich habe die ganze Arbeit gemacht und er kriegt den ganzen Segen. Er war so gesegnet. Er ist sogar ein Pastor geworden. Er hat drei wunderbare Söhne. Der Herr benutzt ihn und gebraucht ihn. Wunderbar. Aber das Beste an der Geschichte war, dass mein Herz wieder lebendig war. Sein Herz war lebendig. Das Herz seiner Frau lebendig. Und zwar für die Verlorenen. Es hungert danach, dass jemand Jesus kennenlernt. Weil die Barmherzigkeit, die er erfahren hat, durch ihn durchgeflossen ist. Wenn du gerade gerettet bist, dann kannst du es gar nicht anders, als auszusprechen und anderen zu erzählen. Der Herr liebt dich. Der Herr möchte deine Familie retten. Der Herr möchte deine Familie retten. Er liebt dich so sehr. Der Herr ist mächtig zur Rettung. Mächtig, zu retten. Wer ist Gott, die dir zeigen, während ich spreche? Während ich gerade spreche, wen zeigt Gott dir gerade? Wisst ihr, wenn wir nicht hier sind, um diesen Jesus weiterzugeben, warum sind wir dann überhaupt hier? Warum hat er nicht gesagt, Gott ist so kraftvoll? Warum hat er nicht gesagt, das ist so kraftvoll, er hätte auch einfach sagen können, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, wirst du einfach in den Himmel hinaufgenommen. Aber der wunderbare Prediger William Booth, der Gründer der Salvation Army, nach meinen eigenen Studien, ist das die größte Bekehrungsbewegung in den letzten 100 Jahren in der westlichen Welt gewesen. in drei Jahren, in drei Jahren, haben sie 243.000 Menschen gerettet gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr warum? Weil in ihrer Gemeinschaft jeder gemerkt hat, dass jemand in sein Leben gekommen ist, der Gott treffen musste. Er hat, glaube ich, so um die tausend Bases gegründet. Wisst ihr, was das allerletzte war, was er jemals auf einem Blatt Papier geschrieben hat? Er wollte, dass Menschen sich daran erinnern. Er hat ein Wort geschrieben. Andere. Andere. Jemand anders, der braucht Jesus durch dich. Aber manchmal ist er einfach dieser Schleier der Gewohnheit. Und heute Morgen will der Herr dir das wegnehmen. Weg von deinem Herzen. Er will, dass du diese Leidenschaft spürst. Und das ist nicht nur ein Gefühl. Es ist ein inneres Verständnis, eine Offenbarung und eine Festlegung, das alles verändern wird. Ich habe das mit zehn Menschen gemacht. Ich habe zehn Namen auf eine Liste aufgeschrieben. Wisst ihr, innerhalb von einem Jahr des Gebets, wisst ihr, wie viele von denen Jesus kennengelernt haben? Alle zehn. Wisst ihr, was das für einen Wert vor Gott hat? Ich kann mich an dieses Gefühl erinnern. Diese Liebe von Jesus für meinen Bruder. Ich wusste, dass Jesus jeden Tagebucheintrag gelesen hat. Er sieht auch deinen noch nicht geretteten Sohn. Er sieht deinen besten Freund, der noch nicht gerettet ist oder Arbeitskollegen. Oder der Kerl, mit dem du zur Schule gegangen bist. Und du kennst ihn immer noch und bist dein Freund. Aber er ist auf dem Weg in die Hölle. Und du vergisst das vielleicht. Aber es ist okay. Gott kann dich daran erinnern. Gott kann dir diese Liebe schenken. Deine Familie. Deine Familie. Gott will sie retten. Er ist mächtig zu retten. Oh. Oh, Jesus. Deine Liebe für die Menschen. Die ist größer als unsere Liebe für Menschen. Ich möchte, dass du jetzt mal ein mutiges Gebet sprichst. Sag mal ganz laut zusammen mit mir. Jesus. Jesus. Zeig mir jemanden in meinem Leben den du retten willst. Hast du jemanden gesehen? Was war der erste Gedanke, den du hattest? An wen hast du gedacht? Ich kann seine Liebe hier gerade spüren. Ich kann es spüren. Ich kann es spüren. Ich kann spüren, wie das vergossene Blut von Jesus wie ein Magnet die Verlorenen anzieht. Kannst du es auch spüren? Kannst du es spüren, wie er dich aufwecken will? Lass es mich nochmal zu euch sagen. Gott ist mächtig zu retten. Er wird retten. Wer ist das, was er dir zeigt hat. Auch die Person, die er dir gezeigt hat. Auch die Person, die er dir gezeigt hat. So wie bei Paulus. Du sagst, ja. Ich werde ein kleiner Diener sein. Ich werde für eine Person beten. Ich werde versuchen, in der Welt meines Freundes mehr aufzutauschen. Ich werde täglich beten, auch wenn es nur 15 Sekunden ist. Bis sie dich treffen, Jesus. Ich möchte, dass du etwas tust. Stell dich mal in. Stell dich mal alle hin. Ich möchte, dass ihr das alle seht. Weil Jesus nicht irgendwie so eine Karotte vor euch herhält. Er zeigt dir nicht jemanden und sagt, ich habe nur Spaß gemacht oder ich lüge. Nein, nein, nein. Er ist ein Gott, der nach der Person, der nach der Person, die er gezeigt hat. und hungert, die er dir gezeigt hat. Wenn du irgendjemanden gesehen hast oder an jemanden gedacht hast, heb mal deine Hand. Irgendjemanden, heb mal ganz hoch deine Hand. Dreh dich mal um, schau mal. Fast jeder hat jemanden gesehen. Gott lügt dich nicht an. Er zeigt dir diese Person, weil er weiß, er kann dich gebrauchen, um diese Person gerettet zu sein. Jetzt möchte ich beten, dass die Gnade, die Gott mir gegeben hat, auf euch kommt. Wollt ihr diese Gnade? Vielleicht fängst du jetzt gleich an, kraftvoll zu weinen. Vielleicht fängst du gleich innen drin an, zu spüren, wie die Liebe Gottes nicht wird für eine Person. Vergiss einfach, wer alles hier ist. Vergiss mal die Menschenfußt. Lass einfach Gottes Herz dein Herz ergreifen. Und auch die, die zu Hause zuschauen. Das Gleiche gilt für euch. Der Herr ist mächtig zur Rettung durch dich. Und wenn du in diesem Raum bist oder auch online zuschaust und du kennst Jesus nicht, dann sag Jesus. Der gleiche Jesus, der uns errettet hat. Der mein Bruder gerettet hat. Der kann auch dich retten. Aber ich möchte beten. Aber ich möchte beten. Aber guys, please let go. Lasst einfach los. Fimmert euch nicht darum, was jetzt passiert in diesem Moment. Ich kann dieses Gewicht der Salbung spüren. Einige von euch werden einfach anfangen zu weinen. Du wirst diese Liebe für diese Person spüren. Und auf die richtige Art und Weise wird sich das sogar herausfordernd anfühlen, okay? Also öffnet mal dein Herz. In der Autorität des Namen Jesu. Bete ich, Heiliger Geist. Gib den Menschen. In diesem Raum. Die Liebe Gottes. Das Herz Gottes. Für andere Menschen. Jetzt in diesem Moment. Im Namen Jesu. Gib dein Herz, Gott. An sie weiter und zeig ihnen, wie sehr du die Menschen liebst. Zeig ihnen, wie sehr sie dir wichtig sind. Gib ihr diese Liebe. Gib ihr diese Liebe. Lass sie es spüren für diese Person. Es ist okay. Es ist okay. Lass es einfach los. Wenn Gott das auf dich setzt, ist es ein gutes Ding. Und wenn Gott das auf dich gerade bringt, dann ist es eine gute Sache. Es ist wunderbar. Gott, save through them. Save through them. Save through them. Gott ist going to use you. Er kennt den Mann, den du sprichst. Und die Frau. Es sind zwei Menschen, die Gott dir gezeigt hat. Er kennt sie. Er liebt dich. Er liebt dich. Gott, ich ask dir, gib ihr diese Liebe. Gib ihnen diese Liebe. Give them one to pray for. Daily, daily, daily. More Holy Spirit. Off in dein Herz. I command every veil of familiarity. Ich befehle jetzt jedem Schleier der Gewohnheit. I command every veil over your heart. Jedem Schleier über deinem Herz. To be broken now. Awaken their hearts. Awaken their hearts. God's going to save him. God's going to save him. Mighty to save. Mighty to save. God's going to use you, my friend. He's going to use you to save. Salvation isn't for the young or the old. It's for all. Thank you, Jesus. Give him the heart of God. Give him the heart of God. Give him the heart of God. Just receive it. Receive it. I really sense some of you are already weeping. But you are worried. Like, what if God overtakes me right in this moment? Let him. Let him. It's okay. If you're loud, today it's Bayern München game here. Holy Spirit. Give them groanings which cannot be expressed. Show them your love for that person. Part your love. Part your life. Part your life. Part your life. Part your life. Yes, God. More love. More Jesus. More Heilige Geist. 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 More Jesus. mehr Heilige Geist mehr Jesus he's mighty to save mighty to save God's gonna use you he's mighty to save, let it all go deep let it go so deep let it go so deep, it's okay let it go so deep I pray your heart will come so alive today right now, thank you Jesus right now, thank you Jesus in dieser moment God loves that person God loves the one he showed you Jesus can make everything new Jesus makes all things new Jesus makes all things new give him this love today give him this love give him this love give him diese Liebe give him diese Liebe give her this love give her this love you see you see his love is so great seine Liebe ist so groß as Pastor Judy told me today so wie Pastor Judy mir heute gesagt hat Jesus wurde bewegt mit mir gefühlt God, as a church, as a person individually and corporately als Person, als Gemeinde und zusammen werden wir von dir bewegt sein wir wollen durch deinen Wind bewegt werden wir lieben den Wind des Heiligen Geistes yes, blow with the wind blase mit dem Wind Jesus, we don't want a chessboard Christianity wir wollen nicht ein Schachbrett Christen tun wir wollen den Wind des Heiligen Geistes im Christen yes, God we don't want to exalt safety, God wir wollen nicht Sicherheit erhöhen wir wollen die Leidenschaft, Jesus wir wollen die Leidenschaft für die Person, die du uns heute gezeigt hast yes, Lord just begin to speak to the Lord cry out to the Lord fang einfach an mit dem Herrn zu sprechen ruf zum Herrn 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 ich möchte, wir möchten dir ruf zum Herrn yes, Lord wir wollen dich, Heiliger Geist yes, God thank you, Jesus thank you, Jesus I have keep praying I have to pray for this lady keep praying because I feel there's so much passion in you and I feel something has shut down that passion and I pray against whatever that is now I pray that you would be so filled with the life of God and no more fear of man no more thoughts of what people think of you get off her life now get off her life now lass los let it go it's not yours anymore get off her life forever in Jesus name because God is going to set people free through your life through your yes fire Feuer vom Heiligen Geist wind of God wind Gottes wind Gottes Jesus thank you for the anointing danke für die selbe Jesus danke für die selbe Jesus danke für die selbe Jesus der Öl vom Jesus in dein Herz der Öl der neue Leidenschaft vom Jesus der Rufe der Wind thank you Lord praise you for souls praise you for salvation we loben und preisen dich für die rettung we loben und preisen dich we loben und preisen dich für die rettung here in Verlust in Lins God we ask you for salvation wir bitten dich um rettung viele Leute viele Menschen thank you for salvation danke für die Erlösung thank you Jesus give us one each one each give uns jeweils eine Person one each für jeden eine Person Jesus 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 Jezus, Jezus, die rette für die Welt. Jezus, 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 die rette für die Welt. Jezus, 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 die rette für die Welt. Jezus, 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 die rette für die Welt. Jezus, 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 die rette für die Welt. Jezus, 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 die rette für die Welt. Jezus, 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 die rette für die Welt. Jezus, 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 die rette für die Welt. Jezus, 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 Jezus. Wenn du hier drin bist und du kennst Jesus nicht, vielleicht hat dich jemand heute hier mitgebracht. Der Jesus, über den wir die ganze Zeit sprechen, ist keine tote Religion. Er ist ein lebendiger Gott. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oftmals versuchen wir in dieser Welt, unser eigenes Leben zu kreieren. Aber die Sünde kreiert nur gebrochenen. Sie führt nur zu gebrochenen Beziehungen. Vielleicht hast du alles schon versucht, um dein Herz mit Frieden zu erfüllen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Prinz des Friedens. Er hat nicht gesagt, ich komme in die Welt, um eine neue Religion zu starten. Er kam, um dein Leben zu retten. Er kam, weil er dich liebt. Genauso wie in jedem Justizsystem, wenn jemand etwas Falsches getan hat, muss jemand einen Preis dafür bezahlen. Du und ich, wir haben Dinge gegen Gott und gegen Menschen versündigt. Die Schrift sagt, alle haben gesündigt. Wir wissen das alle, wir machen alle Fehler. Aber Gott hat die Welt allzu sehr geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gegeben hat. Dass wer auch immer an ihn glaubt, nicht verloren hat, sondern ewiges Leben hat. Sie werden für immer mit Gott leben. Und es gibt Menschen in diesem Raum, du bist dir nicht sicher, ob Gott in deinem Leben ist. Du bist hier nicht zufällig heute Morgen, sondern du bist auf Gottes Kalender. Ich möchte, dass du diesen Eindruck auf deinem Herzen nachholst. Du weißt genau, ich spreche zu dir heute. Du bist leer wegen der Sünde. Dein Leben fühlt sich nicht an, als wäre es von irgendetwas gefüllt. Gott hat dich heute Morgen hergebracht, damit du seine Liebe und seine Gegenwart hier spüren kannst. Das ist Jesus. Er liebt dich. Ich möchte, dass alle Menschen die Augen schließen. Schließt eure Augen. Jesus hat gesagt, komm so wie du bist. Aber du musst kommen. Du kannst nicht an Gott glauben von einer Distanz aus gesehen. Komm so wie du bist. Wenn du in diesem Raum bist, und du weißt genau, du hast keine lebendige Beziehung mit Jesus. Vielleicht glaubst du, aber du bist abgefallen. Oder du hast nie wirklich geglaubt. Und du möchtest diesen Jesus kennenlernen. Dann lade ich dich jetzt heute Morgen ein, von der Sünde umzukehren, um sein Kind zu werden. Wenn dich das betrifft, oder du kennst Gott und bist abgefallen und lebst im Kompromiss, jetzt sind gerade alle Augen geschlossen. Ich möchte, dass du jetzt keine Angst vor irgendeiner menschlichen Meinung hast. Wenn du weißt heute Morgen, du brauchst Jesus in deinem Leben, dann heb jetzt ganz hoch deine Hand, wenn du das bist. Ich sehe eure Hände, viele Hände. Ich sehe eure Hände. Preise den Herrn. Put your hand up. Wenn du weißt, du lebst im Kompromiss, wenn du brauchst Jesus, dann heb deine Hand hoch. Halt sie weit hoch. Halt sie weiterhin hoch. Okay. Ich sehe viele Hände. Ich sehe deine Hand auch. Ich sehe deine Hand auch. Okay. Diejenigen, die jetzt ihre Hand gerade heben, mit einem Freund oder so aus dem Moment, komm nach vorne. Komm nach vorne. Wir wollen für dich beten. Jeder, der die Hand gehoben hat, komm nach vorne. Wir wollen für dich beten. Komm nach vorne. Komm schnell nach vorne. Jeder, der die Hand gehoben hat. Komm. Hab keine Angst. Ich will dich kennenlernen. Wir wollen für dich beten. Komm nach vorne. Einige von euch sind schon Gläubige. Einige von euch treffen Jesus zum allerersten. Komm, komm. Der Herr liebt dich so tief. Der Herr liebt dich. Er liebt dich so sehr. Da war noch mehr. Schämt euch nicht. Schämt euch nicht. Kommt nach vorne. Der Herr liebt dich. Der Herr liebt dich so sehr. Der Herr liebt dich so sehr. Gott liebt dich. Er liebt dich. Da gab es noch einige mehr. Ich möchte dich noch mal ermutigen. Schämt euch nicht. Jesus liebt dich so sehr. Jesus liebt dich so sehr. Jesus. 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 Jesus, die Welt. Die Welt. Ich will euch durch ein Gebet leiten. Als Gemeinde wollen wir euch ermutigen. Streckt mal eure Hände jetzt aus. Und jeder, der hier vorne ist. Ich möchte euch was sagen. Wenn ihr dieses Gebet sprecht. Gott braucht keine Perfektion. Er braucht einfach nur ein ehrliches Herz. Ein ehrliches Herz. Die Bibel sagt, Bekenn mit dem Mund, dass der Herr ist. So Matthias, he's going to lead you in a prayer. Auf Deutsch. That you would confess that Jesus is Lord. Ask him for his forgiveness. And the Lord will come in right now. Are you ready? Church, stretch your hand out to them. Okay, Mats. Kommt ihr auch noch ein bisschen näher. Wir beten das jetzt gemeinsam. Herr Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe mich dem ganzen Leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Du bist der Herr in meinem Leben. Du bist der Herr in meinem Leben. Ich bitte dich um Vergeben. Ich bitte dich um Vergeben. Für alles, was ich falsch gemacht habe. Für alles, was ich falsch gemacht habe. Für jede Sünde. Für jede Sünde. Ich kehre um zu dir. Ich kehre um zu dir. Und ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Für immer. Für immer. Mach mich ganz neu. Mach mich ganz neu. Schenke mir ein neues Herz. Ich schenke mir ein neues Herz. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Okay, Church, just pray for them. Pray that they would be filled right now. Pray that they would be filled right now. Full Heilige Geist. Complete Freiheit. Jesus is freeing you right now. Right now. Fill her Holy Spirit. Right now. Church, pray. Full Heilige Geist. Jesus macht alles neu. Alles neu. Yes, Lord. Yes, Jesus. Mehr Heilige Geist. Mehr Heilige Geist. More, Lord Jesus. Mehr Heilige Geist. Jesus macht alles neu. Alles neu. Jesus, Jesus, der Rettung für die Welt. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Come on, Church. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, 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 Jesus feiern. In dieser Sekunde sieht der Himmel dein Leben an. Und der Himmel schreit und freut sich. Er ruft und freut sich. Denn du bist komplett jetzt Gottes Eigentum. Und alle deine Sünden sind vergeben. Come on, Gemeinde, das ist wunderbar. Du bist Gottes Kind für immer, für immer. Für immer Gottes Kind. Für immer Gottes Kind. Come on, we gotta give Jesus praise. Wir müssen Jesus kreisen, der Herr. Come on. Okay, come on. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Jesus, Jesus, der Rettung für die Welt. Come on, we gotta give Jesus. Jesus, 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 der Rettung für die Welt. Hey, Jesus, 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 der Rettung Jesus, 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 vernecker dich an dich. Jesus, 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 vernecker dich an dich. Jesus, 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 vernecker dich an dich. Jesus, Jesus, vernecker dich an dich. Jesus, oh, wir preisen dich, Jesus. Jesus, 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 vernecker dich an dich. Jesus, 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 vernecker dich an dich. Jesus, sing some in him. Jesus, Jesus, der Retter dieser Welt. Lift it up. Jesus, 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 der Retter Österreichs. Jesus, Jesus, der Retter Österreichs. Jesus, 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 der Retter dieser Welt. Jesus, Jesus, wir lieben dich, wir preisen dich. Wir geben dir alles Lob und alle Ehre. Niemand ist so wie du. In deinem Namen ist Rettung. Es ist uns kein anderer Name gegeben, in dem wir Rettung finden. Und in deinem Namen, Halleluja, haben wir Vergebung, haben wir Rettung, haben wir Heilung, haben wir Freiheit, haben wir Friede. Danke, 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 Jesus. Halleluja. Und Vater, wir danken dir für die Menschen, die du uns aufs Herz gelegt hast, für die wir uns jetzt auch einsetzen im Gebet. Jeden Tag erinnere uns daran, Heiliger Geist, erinnere uns daran, Jesus. Herr, Vater, wir danken dir, dass diese Menschen errettet werden. Wir danken dir, dass diese Menschen erreicht werden. Halleluja. Für die ist kein Weg zu weit, keine Grenze kann die raushalten. In Jesu Namen. Halleluja. Wie Ben gesagt hat, wir binden sie an das vollbrachte Werk des Kreuzes. In Jesu Namen und wir danken dir, Herr, für die Errettung. Halleluja. Errette sie, errette sie, errette sie. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Halleluja. Wenn du heute eine Entscheidung eben für Jesus getroffen hast, auch online, dann würden wir auch gerne dir dienen. Du kannst uns kontaktieren über E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer. Und wir würden dir auch gerne eine Bibel schenken. Wow, aber Jesus ist so gut. Amen. Er ist so gut. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Vater, wir danken dir. Und Herr, ich danke dir für deinen Segen jetzt auf jeden Einzelnen, der heute Vormittag hier ist. Und für deinen Segen auf jeden Einzelnen, der im Livestream zuschaut. Vater, gebrauche uns weiterhin mächtig zu deiner Ehre, dass Österreich errettet wird. Im Namen Jesus. Sag einmal, Österreich gehört Jesus. Sag einmal, Österreich gehört Jesus. Ich sag's einmal, in Österreich gehört Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen. Ich神. Denn das ist so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020